Jedenfalls wünsche ich uns allen ein wunderschönes Weihnachtsfest und deshalb werde ich jetzt... Ne, das lasse ich mal sein. Ich glaube, Weihnachten muss ich den Bart abnehmen. Das ist doch Quatsch! Also dann, fröhliche Weihnachten! Ich wünsche Ihnen dieses Geschenk in Ihrem Herzen und wünsche Ihnen ein Jahr 2022, so gut wie dieses Jahr 2021, das wir zusammen passen. Fröhliche Weihnachten und eine besinnliche Wege gemacht! Und ziemlich beschenkt! Eid, Milad, Majid! Fröhliche Weihnachten! Feliz Navidad para todos! Frohe Weihnachten! Fröhliche Weihnachten wünsche ich euch allen und einen wunderschönen und guten Rutsch ins neue Jahr! Fröhliche Weihnachten! Hochschul 1 Untertitelung des ZDF, 2020